Wie glücklich fühlst du dich? Stell dir vor, diese Leiter ist eine Skala. Ganz oben steht für sehr glücklich, unten für gar nicht glücklich. An welche Position würdest du dich stellen, um dein momentanes Glücksempfinden auszudrücken? Ich stelle mich ganz rauf, weil ich mich momentan sehr glücklich fühle. Vielleicht habe ich da etwas gemeinsam mit den meisten Österreichern. Der aktuelle Weltglücksreport der Columbia Universität in New York sagt, dass Österreich im Ranking von 160 Staaten an zwölfter Stelle steht, was das Glückserleben betrifft. Manche Österreicher werden sich mit diesem Ergebnis nicht identifizieren können. Möchtest du glücklicher sein? Vielleicht hilft dir einer der vielen Glücksratgeber. Vielleicht auch dieses Buch, Glück. Dort steht drinnen, wenn sie glücklicher sein wollen, dann konzentrieren sie sich auf die vier F. Freude, Fitness, Familie und Freunde. Mein wichtigster Glücksratgeber ist die Bibel. Dort steht zum Beispiel drinnen, dass Mose im Namen Gottes gesagt hat, ich lege dir Glück und Unglück vor. Entscheide du dich. Wenn du das Glück willst, dann sollst du Gott lieben und auf seinen Wegen gehen. Ich merke, dass ich am glücklichsten bin, wenn ich versuche das zu tun, Gott zu lieben, auf seine Stimme zu hören und ihr zu folgen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus für mich auf diesem Weg der beste Helfer ist. Und deshalb möchte ich beten, Jesus, ich danke dir, dass du mir und uns allen hilfst, aus der Glücksleiter ganz nach oben zu kommen. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020